Wir töten den. Hab ihn. Ich geh, du bleibst aufs Dach. Ok. Da ist noch eine Full-Kette bei der hinten. Ja, der ist hinterm Berg, im Nordwesten. Pass auf, da ist das Peak-Löch. Ok, ich renne einfach zum Body, weil das sind die einzige Chance. Ok, dann bleib ich hinter der Stein aus. Hab ihn, hab ihn! Ah ne, hab ihn nicht! Ich meinte, hab ihn jetzt! Der ist nicht gelohnt. Nice, nice, insane, insane, insane. Ich nehm das Base-Defense-Kid einfach. Ich komm direkt. Digga, ich hab Brain Legs haben. Er ist oben aufm Dach. Er ist dead aufm Dach. Insane, ich komm. Bist du das, hinter mir? Is dead? What? Für den Versuch heimzukommen. Nein. Ich halte, ich halte. Hast du einen dead? Geheim, geheim, geheim. Nein, 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 nein. Du musst looten, du musst hier oben auch noch looten. Du hailst, ja? Hast du Mets? Hast du Mets oder soll ich droppen? Ich hab Mets, alles gut. Gönnt ihr hier den Body? Bei mir. Selbstrecht. Äh, ja. Hab ihn. Ha! Wir haben uns voll kicken, die Idioten. Vollidioten, ne gerne. Hier hinten neben der Node ist auch eine gewesen. Ja, ja, ich loot. Rushed einfach rein. Hab ihn. Ja, super, super. Wow, nötiger, ich will mich oben noch. Das ist okay, das ist okay. Wir nehmen wieder Kerzen und gehen aufs Dach. Du kannst ja da spawnen, probieren irgendeine Waffe aufzusammeln. Wenn du aufs Timer wirst, dann wer ist. Der steht da, ja. 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 Spawn da einfach. Spawn da einfach, spawn da einfach. Ich kann dich nicht selber umbringen. Ich wurde schon getötet. Jesus. Du kannst escape suicide. Nein. Hab ich vorher schon gemacht. Nimm... Nimm Kid, geh aufs Dach. Da liegt immer noch alles rum. Ich bin down hier. Aber bringt nichts mich hochzuholen. Lass mich einfach sterben. Halt einfach Dach tot. Ja, ich werde schon wieder beschossen. Von Ostafrika, ne. Von Ostafrika, ne. Gern. Bleib aufm Dach. Ja, Bro. Ich weiß nicht mal, von wo ich beschossen werde. Von deren Base. Von oben aufm Dach. HM, LMG. Aber es kann nicht sein, dass ich von da getroffen werde. Ja, das Kit liegt aufm Dach, Bro. Ich bin noch Timer überall, jemals. Vielleicht ist meine... Äh... Ich weiß nicht, ich habe die ganzen Wipe nichts gemacht. Ich habe ungestiegen Momente. Noch eine dead. Nice, nice, nice. Jutta hat das ganze Kit glaub ich hier. Tor. Was ist denn tot? Oh nein, alle Kit's hinweg. Oh nein, alle Kit's hinweg. Oh nein, alle Kit's hinweg. Ah nein. Alle Kit's hinweg. Alle dead, glaube ich. Einer lebt noch mit einem HP. Hat ein HP hinter der Bude. Er ist komplett headed, ja? Er ist auf seinem Body hier unten. Hab ihn. Nice, nice, nice. Gelooten, gelooten. Die haben das meiste, glaube ich, rein, wenn er gerannt ist. Nee! Der ist naked! Wer ist das? Gelooten. Ich versuche dich zu halten, wir bringen alles rein. Ich hab nichts, außer drei, vier Hessies. Ich dachte, du hast den Loot. Ja, den auf den wir geschossen haben, der war nichts. Also, ich hab einen gelootet, ja. Der hat... Auf dem Dach. Drei Hits auf dem Dach. Ich hab zwei Schuss, Leute. Ich hab keinen Schuss mehr, Leute. Ich hab keinen Schuss mehr, Leute. Von wo, Junge? Von dem Dach? Von wo sonst? Bin! En.